Guck mal auf dem Teller drauf. Ist noch was drauf? Gar nichts. Praktisch ausgeleckt beide. Lass sie doch reden, was sie brauchen. Mir schmeckt es, denen schmeckt es. Sonst würden sie nicht so Lärm machen, gell? Uwe kriegt eine kleine Kugel, so wie ich. Eine große. Hat er schon, hat er schon. Macht mir nichts aus. Nein. Auch wunderbar hat es geschmeckt. Du rollst raus und Uwe dackelt immer raus. Das macht nichts, wenn ich rolle. Das macht mir Spaß. Mal rollen, mal gehen. Mal etwas schleichen. Ich kann mir kugeln, ich bin eine Kugel. Hast du recht, komm. Ich bin aber keine Rolle, ne? Komm mal.